Kümmer dich lieber mal holen um die Kackdrohne. Ja toll und sobald ist auch... ...klar. Schlimm, richtig schlimm hier. Ja, das ist Stryker, ne? Abwarten, ich bin noch lange nicht fertig hier. Hoch, falscher Eingang. Lange nicht fertig, Freundchen. Lange nicht. Alter. Blit die mich verarschen, oder? Boah, der kriegt mich auf jeden Fall. Vergeschlacht. Hätte ich damit gedacht, damit crashen, dass der hier runterkommt. Werd ich sagen. Oh, scheiße. Ja, so ne Kackdrohne. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Was? Wollte ich doch gar nicht so lange aufnehmen heute. Wie es aussieht, wird das bestimmt wieder in irgendein paar Stunden hier. Immer noch so aussehen. Hier haben sie die Kackdrohne da unten geholt, ne? So. Dört man. Boah. Dann halt nicht. Wie hat der mich jetzt so schnell gekillt? Wie kannst du die R-Fähigkeit auf sowas anwenden? Du kannst dich nicht bewegen und er kann ab und aus dem scheiß Kreis rauslaufen. Boah. Knapp gewesen. Richtig knapp. Die Drohne hier oben will ich nicht beischießen. Da bleibt mir anscheinend nix anderes übrig. Wir haben nur noch zwei Türme. Die nur drei. Ja. Wie mache ich das jetzt? Runden lang laufen. Oh, wenns gar keine gute Idee ist. Sag ich sie jetzt schon. Wurde überhaupt keine gute Idee sein. Der Striker lockt jetzt. Der lockt jetzt zu mir, ne? Der hat verloren. Laufen jetzt hoch zum Turm. Der Blitz da vorne. Der ist echt heftig, ne? Die sind überall. Jedes Mal. Der Blitz kommt jetzt wieder hier unten lang. Ich hab noch voll kein Bock drauf. Ich hab noch voll kein Bock drauf. Ja. Wenn grad nicht anders. Ich muss. So. So. Der ist drauf. Einer weniger. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich das jetzt machen soll, ne? Da fällt gerade nichts ein. Ich hab hier irgendwas, äh, noch retten könnte. Ja. Ich mach nämlich genau das, was ich die ganze Zeit immer gemacht habe. So. Ja. Ich werd das jetzt. Genau. Oben lang laufen müssen. Und dann. Ich hab grad nichts anderes ein. Ich hab gerade nichts anderes einfällt. Ich hab grad nichts anderes einfällt. Was? Ich hab diese Kackobrauchung. Ich hab immer gegen die Wände. Oh, der ist draufgegangen. Nein. 29. Was ist denn gerade? Scheiße. Wir sind in Kontrolle des Drugs. Ich fähre dich, Leute. Ich nehme schon mal mit hier. So. So. Sieht zwar gerade nicht so gesund aus, aber... Hui. Ich bin zu weit gelaufen hier. Ja, muss schon aufpassen. Ich bin zu weit gelaufen. Ich bin zu weit gelaufen. Also gegen den Drachen kämpfen können die auf jeden Fall nicht. Okay, wir haben hier... Oh, ne. Meine Drohnen noch leben? Jawohl, die leben beide noch. Ja, okay, wir haben doch noch gesiegt, ja. Obwohl ich gezweifelt habe. Aber ich habe zu Recht gezweifelt, ja. Okay, gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Ich habe den Absturz kurz genutzt, um was zu essen, um was zu trinken. Und ja, jetzt geht es weiter. Bei der Mission sind wir jetzt hier. Ja, den zweiten machen wir jetzt auf jeden Fall. Ist ja kein Problem. Ich bin jetzt ein paar Mal in eine Gruppe eingeladen worden während des Essens, aber habe ich natürlich abgelehnt. Ich könnte jetzt gucken, könnte ich jetzt hier irgendeine Gruppe machen. Oder ich weiß nicht. Die haben mich hier in eine Gruppe eingeladen. Also wir haben jetzt überall eins von zwei. Wäre super, wenn ich jetzt eine Gruppe mache, dass ich dann alle Quests gleichzeitig erledigt hätte. Spiele erstellen, Spiele einladen. Soll ich machen? Machen wir einfach mal. Machen wir das einfach mal. Weil ich es kann. Sobald wer irgendwer zusagt oder so, klicke ich auf Start, weil... Gleich dann ja. Der Maklissik 3 würde bestimmt zusagen, aber... Ist halt im Kampf gerade. Können wir mal gucken hier. Ja, hoffentlich wird schnell einer zusagen, weil... Ne, das ist auch wieder alles Zeit hier. Ich muss jetzt gucken, dass ich nicht Vulkan nehme, ne, sondern... So, ich versuche Stryker zu nehmen. Eher Stryker, oder? Ähm... Was machen wir den denn? Stryker-Blitz meine ich natürlich. Den... Was ist doch Flatline. Der, hier oben. Ich weiß gar nicht, wer besser ist. Weil er hat ja auch... Ne, er ist Nahkampf und so. Der Skin sieht schon nicht schlecht aus. Der hier. Der hat aber auch schon Skins? Nein. Ich hätte noch keinen. Also, der größer hat seinen Skin haben. Will er die Farbe ändern? Jetzt hat man gerade... Ja, der hat seinen Skin hier. Rambo. Bin ich nicht so effektiv. Der, glaube ich. Ja, hier. Der sieht geil aus. Ähm, wollen wir hier? Er hat keine Skins. Ähm, Zell hat Skins. Mit dem Weihnachts-Skin halt. Aber so jetzt gerade keine. Ja, der hat hier... Der sieht geil aus. Strymson-Blade. Das sieht gut aus. Fox hat keine... Ja, kann mir auch nichts darunter vorstellen. Er rediert ein paar. Nein, der dies das mit dem Weihnachts-Skin. Ja, nicht Zell. Ja, der sieht auch schon... ...kurios aus, ne? Wie so ein... ...keine Ahnung... ...animi-Girl. Noch... ...white. Der sieht ja hier gefährlich aus. Sieht doch voll dick aus. Aber, ne, ist nicht schon Sorgen, ne? Aber... ...geht eigentlich. Ist noch okay. Hauptsache Bart. Ah, das ist der schickste Hauptsache Bart. Ja, hier sieht das besser aus, weil... ...ne, so... ...wir so oft cool und so. So, kein Bock. Jetzt warten. Dann starten wir halt so. ...dauert mir alles ein bisschen zu lange. Ach ja. Ähm... ...können wir gerade gucken, wie gut und wie erfolgreich wir waren. Hört aus Erfahrungsmut. So, aber... ...ne, wir haben ja hier eine Kiste. ...so. Sensor. Ja, mit. Ah ja, wo ich gestern stehen geblieben bin. Genau. Hier, 50% XP-Bonus. Nach jedem Match kostenlos Auslauf in der Kisseninhalt. Ich bin der Skin-Gutschein und erhalte neue... ...schalte neue Skins frei. Okay. Wirf wieder eine technische Mission neu aus. Hol dir jetzt die Premium-Version. Ja, ähm, hol dir jetzt die Premium-Version. Verstehe ich jetzt nicht, wo hier... ...die Premium-Version großartig ist. Ja, machen wir einen auf... ...ähm... ...der, ähm, der Hobbit. Läuft ab ins Hilfstern. Boah, ich bin schon bei. ...annehmen. Und... ...was geht los? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Bäm. Schnell genug gewesen. So, da habe ich die eine Quest ja... ...definitiv schon... ...ähm, ne? ...erledigt. Muss ich nur noch den... ...das Gefecht gewinnen und dann... ...habe ich die... ...zweite Quest erledigt. Dann bin ich fertig für heute. Wäre... ...ziemlich nice, wenn das so einfach wäre. Ja, da wählt der eine einfach nicht aus. Äh, ah, ah. Hat aber lang gebraucht. Habe ich nur noch überlegen, was er nehmen soll. Aber... ...was die on ist, äh, finde ich mich schlecht. Muss ich sagen. Vielleicht, äh... ...zaube die anderen. Ich setze mal in der Quarantänezone oder sonst irgendwas, ne? Was sagen wir denn da? Ein Warhead, ein Striker, ein Cobra, vielleicht ein Bulwark. Den Bulwark, den mag ich nicht. Der Cobra ist noch okay. Den Striker, den mag ich nicht. Der Warhead ist noch okay. Und wir haben ja... ...alles okay. Ich kämpfe Bulwark gegen Bulwark. Und hier was zu tun. Ja, jetzt warten wir noch auf 2 hier. Ja, mein Drachenauge sieht alles, ne? Hier habe ich jetzt einen Pink von 71. Ich hoffe, um zuerst habe ich einen Pink von 32. Läuft. Aber solange das Lämpchen grün leuchtet, ist alles super. Ja, haltet das. Ja, mein hier. Mein Tuch, die Karte ein bisschen... ...blöd hier. Also mit Arm. Hütte ich gerade gar nicht gut an. So besser. Oder? Ne, nochmal drehen. Au, Mann. Jetzt war grad... Mann, jetzt habe ich mich gerade nur auf mein Tuch konzentriert hier. Dann stehen die schon hier vorne. Isst dich! Mann, 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 Mann. Das Tuch... ...ne Tränen lenkt mich gerade so ab. Der Bastion steht einfach da hinten, ne? In der... ...eingangshalle. Geht ja mal gar nicht. War bestimmt geschossen. Ah, ne, das war eigentlich gar nicht. Komm doch, komm doch. Kommt da gar nicht genug dran. Schnell genug dran hier. So, der ist verlangsamt, oder? Wow. Hep. Da habe ich jetzt gerade keine Wicht. So. Wird da eigentlich nicht mit heilen, aber... ...ja, weggelaufen. Was kostet mich das denn hier eigentlich an Energie? 65. Ich dachte, 55. Also am Anfang ganz am Anfang dachte ich 50, aber... ...dann dachte ich 55. ...komm doch, komm doch, komm doch. Wow. Haben die da unten alles ausgepackt.